Ich kann. Wir müssen jetzt immer auf Leute voten. Ja, look, näh ich die. Du siehst, da hast du wie eine Kartoffel. Bist du eine böse Kartoffel? Ich bin eine Kartoffel. Nein, ich bin eine gute Kartoffel. Eine gute Kartoffel, okay. Oh. Oh, okay. Konran, Konran, bist du böse? Nein. Nein, steht hier sogar bei mir im Bild gerade. Nein, ich stand da am Bild. Hallo, Katze, bist du eine feine oder eine böse Katze? Ne, das fragst du noch. Ich bin natürlich fein. Aber eine feine böse Katze oder eine feine feine Katze? Naja, hast du gerade mitbekommen, ob jemand fein oder unfein war? Hm... Vielleicht. Hm, gute Antwort. Meinst du so rote Punkte, die nicht auf einer Karte sind? Nee, das meine ich nicht. Nee? Hm, okay. Na, du, Fahri. Ach, nur Franzi. Wir haben Franzi gefunden. Jo. Ja. Bier? Ich würde bei Louis voten. Juli und ich haben Franzi. Würde ich nicht machen. Bei Louis voten? Die liegt ganz rechts. Also Knecht, die Kunran und Katze haben alle bestätigt, dass sie fein sind. Also sind dies schon mal nicht. Mir stand das sogar im Bild, als Holla mich das gefragt hat. Also die, wie, nee, wer war das Dalu und wer war noch bei dir Dalu? Äh, Minu lange und kurz der Du. Und davor? Minu lange und nur Kurz. Minu und Dalu würde ich Kaffee rausnehmen. Äh, ich kann Nio und Baloui rausnehmen. Ist das gerade erst passiert? Ich kann Juli rausnehmen. Weil dann würde ich Katze rausnehmen. Holla, was ist das denn für eine Frage? Hä, keine Ahnung. Aber das hat nicht funktioniert. Holla hat es nicht gesehen. Hä, was? Ich war auf dem Gespräch verwirrt darüber. Ich bin ohne Verwurrt. Ja, sehr verwirrend, Holla. Hä, wieso? Ich weiß auch echt nicht, was da passiert ist. Achso, und Divi kann es nicht. Hä? Also alle, die an Kameras waren, die haben es gewählt. Ich kann Holla für den Mord rausnehmen, aber nicht dafür böse zu sein. Was? Die guten Tempel-Kameras hat es sich gelohnt, die zu installieren. Ja. Ach, ihr meint das VIP? Da ist ja die Schlange im Auge. Ja, das habe ich gesehen. Holla. Hä? Jetzt kriegst du nicht mehr Geräte. Du kannst nicht fragen, wann ist denn der Kill passiert. Und dann zehn Sekunden später. Ach, ihr meint das VIP? Ach, der andere Tote. Das war der VIP. Ich war verwirrt. Holla intet heute aber komplett rein, oder? Ey, was? Das war schon die Runde wegschmeißen. Baluiii. Das bin ich, ey. Selbst wenn du nicht mitspielst, bist du trotzdem. Baluiii, jetzt go. Und dann noch das Wouten vergessen. Ah, ich bin aber auch ein Dulli. Heute, ne? Hallo, Minou. Hallo, ich musste gerade die Schlangen retten. Rette die Schlangen. Ops. Du kannst es auf mich schieben. Okay. Ups. Divi war das. Hä? Ich glaube, Divi war auch böse. Nein. Die hat gerade gesagt, du kannst es auf mich schieben. Wieso soll sie das sonst tun? Nein. Oh, weil die Dodo ist. Ich bin dumm, ist okay. Ich bin heute nicht so... Lass dich doch nicht verarschen, Mann, Holla. Weil, ja, weil, ja, ich habe heute, heute, ich bin heute ein bisschen, ich bin ein bisschen langsam heute. Ist okay. Ja. Denk doch einfach mal dran, dass wir... Oh, guck mal hier. Oh, okay. Da war das. Nicht wieder. Hier unten. Okay. Die Julie ist tot. Wer kam hier oben entgegen, gerade? Und wann? Entgegen... Also, Dalu war da oben, aber der kam mir nicht entgegen, der ist mit mir runtergegangen. Wo lagen? Nio und Mino. Einer von beiden hat Baloui geshörtet. Nicht in dem Gang, in dem wir nach rechts abgewogen sind, sondern wenn du ein zweiter nach unten gegangen bist, dann nach rechts, da liegt die Leiche. Noch ein bisschen unten rechts. Da, wo du Karotten schneidest? Ne, das... Ich glaube, da war der Grunde. Noch da drunter. Und dann kann man da drunter. Aber warum fraß man, wer von oben kam? Gibt es das nicht die andere Seite? Ich bin, ich hatte die Leiche gefunden und bin dann halt hoch und gegangen, wer in der Nähe war und das war, glaube ich, du und Kunna und ich dachte, ist ja noch immer nach oben gelaufen. Kunna und ich waren oben und wir wollten nach unten, aber wir kamen nirgendwo runter. Ah. Können wir bitte mal kurz darüber reden, dass Nio und Mino, einer von beiden, hat Baloui getötet? Das stimmt halt nicht. Wir können aber auch erst mal... Du standst bei Baloui und du standst an der Brücke und du hast gesagt, wenn jetzt ein Killer kommen würde und Baloui killen würde, brumm. Genau, sowas mache ich. Während drei Leute daneben stehen, töte ich einen von denen, oder was? Das wäre schon ziemlich dämlich. Ja, er hat es aber so gemacht. Ich glaube, sie sind sogar beide böse. Ja, natürlich. Nio und Mino. Ja, ist gut zu wissen, wenn meine Teammates sind. Nio liegt hier ganz frech, ich würde ihn jetzt so auswarten. Okay. Damit fällt der Save Vote weg, Kunna. Ja. Ich glaube auch. Wir müssen halt mal gucken jetzt gleich. Wir waren halt links an der Brücke und auf einmal machte das schnell schnell. Aber Mino lässt sich ihren Vote noch offen. Das finde ich verdächtiger als den von Andi. Nö. Wir haben jetzt gewohne. Also Knechti ist halt safe. Ja genau, ich bin safe innocent. Ja genau, ich weiß nicht, wie wir das sind. könnte? Nein. Hilfe! Was denn? Ich frag doch nur... Hey, ich bleib stehen! Wieso darf ich nicht mit dir reden? Hörst du mich noch? Ich bin nicht böse. Wirklich nicht. Ich bin heute einfach komplett verplant, Konrad. Also wirklich. Wirklich, ich bin nicht böse. Ich glaub auch, das mit Nimo und Mino, irgendwie ist... weird, ne? Ja, die werden's beide sein. Meins? Okay. Ja, Entschuldigung, Konrad. Ja, Dalu, du Schwein! Dalu, du Schwein! Oh, Gippie, du... Was? Gippie! Ich hatte doch eine Holle, dass es Theroe bekommt, dass ich böse bin. Hey, Gippie! Sag mal, Dalu, hast du grad noch zu Knechti gesagt, kill ihn? Nein, zu dir! Gippie, du Schwein! Ich dachte, das hättest du nicht. Gippie, kannst du das nicht gesehen haben. Du, also, wieso, wieso verarschen?